Yo, yo, ich hau ihn drauf gleich! Schnell, 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 wuhuuu! Servus und Willkommen! Nein, in diesem Video geht es natürlich nicht um diesen Kampf hier, sondern neulich hat mich jemand gefragt, hey Andi, wieso blutest du in dem Spiel? Wie geht das? Und diese Kicks zeigen uns Lebensenergie. Für was denn? Ja, darauf wolle es in diesem Video gehen, und zwar um die Meisterungen. Und, ja, dann springen wir doch gleich zu den Meisterungen rüber, ohne eine Info. In diesem Video lassen wir mal das Intro weg. Und, ja, wollen wir uns weiterlaufen? Ne, wollen wir nicht Meisterungen. Dazu klicken wir auf unseren Avatar, klicken auf Meisterungen und los geht's! Okay, 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 lass mir im Endo, das ist kein Entrücken, weil natürlich Quatsch, wie du ja gemerkt hast. Ich kann es einfach nicht lassen. Also, wir befinden uns erstmal zu den Meisterungen, die wichtig sind, um diese Option zu haben, diese Stärke etc. etc. Aber gehen wir zwar erst zu den Fertigkeiten, die sehr wichtig sind, bevor wir zum Thema Windskraft drüber springen. Wichtig ist, dass du mittlerweile, also mittlerweile kann man die Fähigkeiten hier, die Fertigkeiten hier locker hier auf das auf einschreiben. Es hat sich ein bisschen was geändert, das auf einschreiben und das auf einschreiben. Wobei drei manchmal Vorteile gibt, das werde ich in einem anderen Video sagen. Und nun kommen wir zu der Frage, Andi, wieso blutest du oder wieso kriegst du Leben zurück? Nun, das ist ganz einfach. Es gibt Gegner, die einen Debuffs drauflegen, wie Rüstungsbruch oder Blutrausch oder Vergiftung. Und da gibt es die Möglichkeit, aber natürlich nicht bei allen Buffs, das muss man auch verstehen, aber bei einigen Debuffs gibt es halt die Möglichkeit etwas zurückzubekommen. Und das nennt sich Windskraft. Ja, richtig. Windskraft, das ist das, was ich dir jetzt eingekreist habe im Blau. Das ist diese drei Herze und wenn ich da drauf klicke, sehe ich, ah okay, für jeden neuen Debuff-Tipp, den eine Champion erleidet oder erleiden, regenieren sie passiv 0,7% Gesundheit und erhalten 435% Rüstung plus, bis dieser Effekt abläuft, keine Auswirkung auf Roboter. Okay, ganz klar, das hilft ja sehr viel, auch in den Akten, wie Akt 4, Akt 5, Akt 6. Und das ist wichtig, dass du das haben solltest. Und du Windskraft hast, früher waren es sogar im Airways 0,7, früher waren es 2%, am Anfang waren es sogar 4%, aber das hat man mit Absicht halt runterreguliert, weil man konnte ein Script-Cheating ausführen, also ein Kabam-Cheat, also man konnte, so nenne ich das, aber natürlich kann man auch so nennen, wie man konnte einen kleinen Bug da ausführen und mit diesem Bug war man unsterblich. Das hat fast jeder gemacht, der sich damit auskannte und der ein bisschen die Skripte von Kabam kannte und auch selber sich auskannte mit den ganzen Bugs, die drin waren. Und dann hat natürlich Kabam irgendwann gesagt, nee, wir wollen das nicht, wir machen ein bisschen das Spiel unfairer, damit wir mehr Geld verdienen in Wirklichkeit. Also das ist, was sie wirklich gesagt haben, aber was nicht offiziell, du sehen wir es, klar. Beispiel, wenn ein Mörder oder ein Dieb ja sagen würden, wir haben es getan, so und so, dann, klar, ich hoffe, dass man versteht, was ich meine. Es wäre blöd, wenn ein Dieb sich selbst einen Arsch in den Hintern beißen würde. Und so macht es auch Kabam, Kabam sagt, um der Spielverbesserung beizutragen, haben wir es geändert, aber in Wirklichkeit ist es der Grund, weil man nicht so viele Einheiten ausgegeben hat, durch diese Feature damals mit mehr Prozent Wiederherstellung und weil man einfach die Levels leichter anspielen konnte, auch die etwas schwierigen Missionen waren einfacher. So, das ist Windkraft und das ist das Wichtigste, was du haben musst oder haben solltest, damit du ein bisschen was zurückbekommst. Was solltest du noch eventuell haben? Es kann nicht schaden, das ist einmal dieses Erholt jegliche Gesundheit, dir deine Champions während eines Kampfes durch Buff oder Passivation erholen, das sind 15%. Das bedeutet, dass Wolverine, X-23, Iron Man, Iron Patrol, Ultron, alle und auch König Groot und normale Groot, alle, die sich heilen können, kriegen zusätzlich zu ihrer Heilung nochmal 15% drauf. Ja, das ist eine schöne Sache und darum ist es halt effektiv, dass man die 3 hat. Warum 3? Weil 1 sind 5% und 10 lohnt sich nicht und 15% lohnt sich mehr. War früher auch natürlich mehr, aber naja, die Geschichte haben wir ja vorher kennengelernt, warum es es nicht mehr gibt so effektiv. Dann haben wir hier nochmal diese Rangstufe 60 Sekunden, Passiv 4,0 Gesundheit. Es ist ein Future, was man mittlerweile gar nicht so braucht. Man kann es machen für die kleinen Champions mit 2 Sterne am Anfang, wenn man nicht so stark ist, ist meine Empfehlung. Wenn man aber dementsprechend immer stärker geworden ist, so wie ich und man hat jetzt seine 370, oh, 380 bald K, dann ist es hinfällig, weil man dadurch nur Sachen, ja man tut für die wichtigen Meisterungen was für fehlen und gerade da könnte man dementsprechend als Alternative statt jetzt hier 3, 2, 3 haben, 1, 3 und dann diese an den Rest zum Beispiel in zu nähen investieren, wenn man 1000 Einheiten hat, weil das kostet ja Geld. Das nennt sich Meisterungscan aus Carbadium, ja es ist Carbonadium aus Carbonadium, kostet ja dementsprechend 550 Einheiten, also 1100 und entweder man kauft sich einige Einheiten oder man tut dementsprechend, so, dementsprechend mit VIP 100 Einheiten sparen auch ein Witz. Okay, das ist im Endeffekt der Grund, warum ich mich heilen kann und warum es die Profis oder auch die guten Spieler, die besser sind, wie ich, das machen können. So, ja und das ist so viel dazu. Dann erkläre ich noch zusätzlich die Meisterung an sich, jetzt ein bisschen und das ist eben Teil 2, also du kannst jetzt hier abschalten, wenn du sagst, das reicht mir vollkommen aus, wenn du mehr sehen willst, dann ganz klar kommt jetzt gleich ein Blender, der sagt Teil 2, in diesem Video selbst Teil 2 und dann schaust du dir einfach die zusätzlichen Klärungen für Meisterungen an. Vielleicht hilft dir das eine oder andere sogar mehr zu verstehen, wie die Meisterungen aufgebaut sind und welche Vorteile du hast, wenn du diese oder diese jeweilige Meisterung aktiviert hast. Okay, das Wichtigste hier vorweg. Hol dir auf jeden Fall, weil das Video etwas länger dauern wird, was zum Naschen, Snickers oder Twix oder Lions, wie ich das immer mache, oder eben Chips, denn es wird ein bisschen dauern. Und du solltest dir auf jeden Fall eine Coca-Cola holen oder was zum Trinken, Tee oder Kaffee, denn das braucht alles Nerven. Okay, fangen wir an. Die allerersten, oder was wir als erstes hier haben, ist einmal drei Registerkarten, einmal offensiv, rot angekreist, einmal defensiv, grün eingekreist und einmal Fertigkeiten, gelb eingekreist. Okay, gehen wir erstmal zu Offensiv. Offensiv, wenn du von Null anfängst, hast du erstmal Rang 1 irgendwann und Rang 2 und Rang 1 zu großer Stärkung. Die stärkern sich schon nichts anderes, wie einfach die Angriffsstärkung Champion. Und die kleine, die lohnt sich auch gar nicht. Früher waren es noch Prozente, jetzt mittlerweile ist es nur Pluspunkte, es lohnt sich überhaupt nicht. Und von daher ist es eine Verarsche von Kabam und da wollen wir uns halt nicht veräppeln und verarschen und daher machen wir für beide immer eins. Dann haben wir noch zusätzlich zwei Optionen. Wir haben einmal nach oben zu gehen, einmal uns nach unten ein bisschen noch zu machen, wegen Mood. Mood ist zum Beispiel, wenn dein Champion generell 50% seiner Gesundheit drunter liegt, dann hast du dementsprechend dieses Mood. Und deine Champions in Passivchen angeht während ihrer Angriffe um 10%, wenn ihre Gesundheit bei 50% liegt. Ich habe das nicht gemacht, weil ich mir das ausgerechnet habe und ich habe das vorher gehabt. Also ich habe alle möglichen Variationen von Meisterungen gehabt und ich habe gemerkt, es lohnt sich nicht für mich. Ich komme da auch ohne diese 50% gut klar, also ohne diese Mood. Mood bringt mir erst zum einen nur, wenn ich unter 50% bzw. ab 50% unter runter liege. Und da habe ich mir gesagt, ich habe das gehabt damals und ja, hat nicht so viel rausgeholt. Ich meine, wenn der Bonus nicht 10% wäre, sondern 100% und 200% und 300%, so richtig Hardcore-Bonus. Oder mindestens statt 10% 40%, danach hätte sich das gelungen. Früher war das auch so, früher gab es tatsächlich bis zu, früher gab es hier, früher war das anders. Der war irgendwas mit 20 und da war irgendwie 40 und dann war es 60 und dann hat man es geändert. Dann waren hier 50%, das hat kabam alles nacheinander nach unten gestrichen. Und wir wissen ja die Geschichte am Anfang des Videos, so sage ich ja halt den Grund, vulkanischen, logischen, mathematischen, ausgerechneten Grund kann sich jeder denken. Da muss Kabamder jetzt nicht dazu irgendwas sagen oder was zugeben, weil jeder der Star Trek sich angeschaut hat, Round 3 Enterprise, und jeder der das Volk Vulkania kennt, weiß was logische, mathematische Formel bedeutet, logische Argumentation. Okay, dann geht es weiter natürlich, wir haben hier sinnlosen Erweiterer Wutausbruch, den braucht kein Mensch. Und Erweiterer Wutausbruch, diese mit Prozente. Ich habe das alles gehabt, diese Debuffs sind so minimal, die sind so minimal effektiv, deswegen lohnt es sich nicht. Also diese, die habe ich jetzt dementsprechend auch durchgestrichen, damit du siehst, ist durchgestrichen, was sich nicht lohnt, ist durchgestrichen. Macht kein Mensch mehr und ist uneffektiv. Genauso wenig wie diese Boots, die muss man haben, damit man das andere, die große Präzision freischaltet und auch die große Grausamkeit freischaltet, denn die kleinen sind uneffektiv. Die großen wiederum sind effektiver, die haben hier maximal 425. Wir waren da sogar Prozente und hier haben wir maximal 475. Hier haben wir die Auflistung. Ich zeige mir nur maximale meistens, weil das kleine zu zeigen ist sonst eine Stufe 1. Das macht da nicht viel Sinn, also es ist zu minimal einfach. So, dann habe ich hier nochmal zwei Boots, die ich nicht anhabe, das ist einmal für reines Talent. Es gibt Leute, die sagen sich, hey, ich habe ein intensives Training, ich habe meine Talent Champions gemacht und bei kritischen Treffern umgehen die halt die Rüstung. Das ist zum einen die 4% und dann irgendwann 64%. Ich kenne jemanden, der ist ein großer Talent Fan, der zockt auch nur mit Talent Champions, der hat das. Aber, wie schon gesagt, es gibt viele Levels, da hat man keine Talent Champions und von daher ist es ein Quatsch. Ich habe das nicht drin, es gibt was Besseres. Auch hier genauso mit Mutanten, also Mutagen, 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 wie man es ausspricht, ist auch Quatsch. Dann haben wir hier was anderes, das ist einmal die obere. Also, ich habe es jetzt eingekreist, einmal habe ich es jetzt für dich eingekreist in Orange oben, die 4 Meisterungen und unten einfach nochmal angekreist in, ich glaube das ist Weiß. Ja, es ist Weiß, Violett wollte ich ja, ich habe Weiß. Das sind die unteren Meisterungen. Es gibt zwei Qualifikationen. Einmal Prestige und einmal den Gegner schnell tot zu hauen. Oder beziehungsweise Vorteile gegenüber dem Gegner zu haben. Gerade wenn es um die Brust geht, gibt es welche, die richtig schlechte Auswirkungen haben auf deine Champions. Und deswegen erkläre ich dir, welche Vorteile es heißt, oben zu sein und unten zu sein. Also, wir haben jetzt hier einmal hier diese Meisterung, das ist hier so tödlich wie zerbrechlich. Da haben wir die Möglichkeit, unseren Angriff, alle Champions um 2,4% zu steigern. Maximal natürlich um 7,2%. Ich habe nur die Stufe 1, denn haben wir mehr, bedeutet das auch, dass die maximale Gesundheit von 2,4% zurückgeschraubt wird. Also, beziehungsweise von 2,4% eben mit 2,4% und wenn wir Stufe 3 haben, sind es sogar 7,2%. Wenn wir jetzt eine Gesundheit von 10.000 haben, 1% sind von 10.100% und 7% sind 700%. Das macht nicht viel aus, aber das macht einfach die Prapprozente, bringen nichts, weil sie nicht viel raushauen. Das lohnt sich einfach nicht. Dafür gibt es andere gute Meisterungen. Wie zum Beispiel hier Rückstoß. Rückstoß ist eine Meisterung, die man nur empfehlen kann den Profis. Ich gehe nicht zu den Profis, denn es bedeutet auch, wenn man die höchste Stufe hat, dass man 10% seiner gesund, also seiner kompletten, also seiner Balken, man hat einen kompletten Balken und man opfert 5%, wenn man Superkraft 1 oder 2 aktiviert, seiner Gesundheit. Stufe 3 sind natürlich gleich 10%. Das bedeutet, man kann, aber nur wenn man gut ist, sehr, sehr gut ist, kann man mit der höchsten Stufe einen Schaden von 60% erziehen. Das bedeutet, im Klartext, wenn ich mit meiner ersten Superkraft einen Schaden von 1.000 habe, habe ich bei der Stufe 1 schon 30% mehr, also 1.300. Und wenn ich dann diese 60% habe, dann sind es 1.600. Ist manchmal, wenn der Champion richtig stark ist, sehr effektiv. Zum Beispiel, wenn ein Champion eine Superkraft hat, einen Schaden von 5.000, dann hat er mit 10% schon 5.500. Und wenn der jetzt derjenige aber die 30% hat, dann hat er schon mit 30%, also wir haben ja 10%, haben wir ja 5.50, nee, haben wir 500 und 500 mal 30 sind 1.500 und dann haben wir tatsächlich 6.500. Und wenn wir 60% haben, haben wir an die, ja, da haben wir jetzt, ich bin in Mathematik, nicht so schnell 5.500 mal 6 sind 30, also wir haben dann 8.000 Schaden. Einen Schaden von 8.000 statt 5.000, da geht was. Und je nachdem, umso stärker du bist, umso mehr macht es. Macht aber für mich jetzt keinen Sinn, ich habe alles ausprobiert und ich bin bei der dritten Stufe zu oft K.O. gegangen, da ich als Durchschnittsspieler und kein Profi einfach nicht damit klarkomme. Nichtsdestotrotz habe ich dafür die anderen Meisterungen auf der höchsten Stufe, denn da rockt man so richtig die Champions. Okay, gehen wir also zu den Meisterungen wie Flüssiger Mut. Flüssiger Mut bedeutet, erhöht den Angriff aller Champions um 30%, aber sie erleiden einen permanenten Vergiftungsdebuff, der jede Sekunde 0,6% Gesundheit erschöpft. Ich glaube, dass er sogar früher mehr ist, mittlerweile weniger geworden. Ja, also das ist richtig krass. Das bedeutet, man kann es kaum glauben, also jeder Angriff von all deinen Champions wird um 30%. Das heißt, wenn du einen Schaden hast mit der Gamora von 10.000, dann sind es jetzt nicht mehr 10.000 K zum Beispiel, sondern es sind dann eben, ja, 13.000. Ist das richtig gerechnet? 10.000, 1% sind 100, 10% sind 1.000 und 30% sind 3.000. Ja, dann hast du 13.000. Und wenn du dann da noch die 30% mitnimmst, dann hast du die 60% insgesamt. Also das ist 30 plus 30, das wird ja zusammengerechnet. Und dann hast du dementsprechend 16.000 statt 10.000. Da ist es wiederum zu sehen, dass Blutrausch hier sehr stark ist, also man steht ja auch gegen den Angriff, aber bis zu 20% Gesundheit gegenüber 16 Sekunden durch einen Blutrausch der Buff verloren. Und da kommen wir gleich zu einem Kapitel, wie man das beheben kann. Aber zuerst sprechen wir noch die unteren Meisterungen an. Das ist einmal hier Versweiflung. Also Gegnern zugefügte Debuffs mindern ihre Heilungs- und Regenerationseffekte um jeweils 5%. Gegnern zugefügte Debuffs mindern ihre Heilungs- und Regenerationseffekte. Das bedeutet, dass umgekehrt, also es trifft nicht auf dich zu, sondern es ist eine Fähigkeit, eine Meisterung, die trifft auf den Gegner zu. Also du hast einen, stell dir vor, du hast einen Zauberspruch und du verflussst den Gegner, deinen Gegner, gegen den du antreten musst. Und dieser Champion, der hat jetzt auf einmal nicht, weil du verzweifelt bist, nehmen wir mal einfach, das heißt Zauberspruch Verzweiflung, und der ist dauerhaft aktiv und du hast dauerhaft diesen Zauberspruch auf alle Champions im Marvel-Universum gelegt. Und jeder Gegner, der versucht sich jetzt zu heilen, wird das gemindert. Das heißt, du hast, du hast im Endeffekt, minderst du mit dieser Meisterung die Heilungs- und Regenerationseffekte von den anderen Champions. Aber 5%, ich hatte das gehabt früher, 5% ist zu niedrig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese 5% bei Kabams politische Geschäftshintergründe und Unfairness-Politik und da noch mehr, was ist im Hintergrund für Dreck, was die da am Stecken haben. Die Wahrscheinlichkeit, also dass sich da auf jeden Fall das aktiviert ist, Lotto zu gewinnen, 100 Millionen mit einem Euro los, so als würde ich, als würde ich 10 Blitze treffen. Also 1 zu 1 Trillionen, also Quatsch. Und von daher lohnt es sich, diese Meisterung nur auf höchste Stufe zu machen, dann ist es ein bisschen effektiver, aber wiederum so, statt 10 Blitze trifft mich halt eben vielleicht nur 3 Blitze. Und die sind unwahrscheinlich. Also Quatsch, es lohnt sich nicht. Aber warum machen es dann einige Leute oder viele Profis? Weil diese Profis, die machen das, weil sie effektiv ausweichen können. Also die haben diese Fähigkeit, die 10 mal schnellere Aktionszeit haben wie ich. Und 10 mal besser sind. Also sehr, sehr gute Spieler. Und das sind wieder die 5% Anomalien, die wir nicht brauchen mitzurichten, denn die 95% der Spieler sind das nicht. Aber die haben halt diese Fähigkeit, die genutzt. Und zwar ist das halt diese 2,5% 2,5 Sekunden längeren Blutrausch. Die haben am meisten Blutrauschhelden, die richtig schön Blutrausch-Debos haben. Und dann können die das verlängern. Zusätzlich haben sie noch diesen unbeeindruckt. Das heißt, wenn ein Feind ausweicht, haben deine Champions eine 17% Chance, plus 150 kritischen Schadenwertungen für ihren nächsten kritischen Treffer anzuhäufen und für eine Sekunde nachvollziehbar zu sein. Also, das haben viele Proses. Warum? Weil wir kennen gewisse Levels, wo man ausweichen tut und wo man Schaden nur wegen des Ausweichen bekommt. Und das haben die auf der höchsten Stufe meistens, weil es dann mehr wahrscheinlich, bei 55% ist KBM ziemlich fair und es ist mehr wahrscheinlich, dass dann die 450 HP abbekommen bekommen. 450 HP, das ist eine ganze Menge. Stell dir vor, du bist mit einem Champion, der hat 40 Grad, hat 100.000 Leben und weicht eben 10 mal, 20 mal hintereinander aus. Also, du kriegst da schon 9.000 HP weg. Nur fürs 20 mal Ausweichen. Und zusätzlich hast du natürlich nur aufhaltsam. Das heißt, du bist für eine Sekunde, das ist auch ein Witz, das ist nicht viel, bist du nur aufhaltsam. Aber da braucht man, wie schon gesagt, viel, viel, viel Übung. Ich habe alles gehabt, diese Meisterungen. Ich habe die weggemacht, hat für mich auch kein Sinn gegeben. Auch Attentäter hatte ich früher gehabt. Attentäter fand ich am Anfang gut. Ich würde es jetzt zwar jetzt wieder machen, weil gerade für Akt 6 ist es nicht verkehrt, das zu haben. Aber ich brauche Prestige für Dualstadien. Bei Dualstadien, da hilft mir das nicht. Da helfen mir diese halt, die flüssige Mut und Doppelkannte wegen der Erhöhung der Prestige, meiner Champions, kriege ich mehr Punkte und von daher habe ich da keinen Nutzen. Ich spiele ja sehr viel Dualstadien, weil ich nicht momentan immer noch auf Arbeitssuche bin und weil ich weltweit gebannt bin von 50 Fällen. Es ist sehr schwer, einen Job zu bekommen. So, aber was ist eigentlich Attentäter? Der Attentäter ist bei Fallen mit weniger als 18% Gesundheit. Sagt, steigt dein Angriff um 20%, während bei deinen Gegnern die Genauigkeit der Defensivfähigkeit um 12% sinkt. Und wenn Gegner den Kampf mit weniger als 18% Gesundheit starten, steigt bei dir die Genauigkeit auf den Fähigkeiten. Also, lange, kurzer Sinn. 18% musst du erstmal hinbekommen, dass dein Gegner die 18% hat. Also nicht du, sondern der Gegner. Und alles andere davor wird der Attentäter nicht aktiviert. Also das ist ein Witz im Endeffekt. Bei Fallen mit weniger als 18% steigt dein Angriff um 60%, das wäre im Endeffekt das hier, was ich da habe. Flüssiger Mut zusammen mit Doppelkante. Und der Unterschied ist, dass ich das die ganze Zeit habe. Ich habe flüssige Doppelkante, die 60% die ganze Zeit von 0 bis 100%. Also von 0 bis 0 HP. Also von 100% meines Lebens, meiner HP-Lebenslinie oder Balken bis 0%. Und das ist der Grund, warum das obere besser ist. Es ist viel besser, auch wenn andere Profis sich davon sträuben und sagen, nein, nein, aber damit ist der Schwanz nur 50 cm länger und mit meiner unteren Meisterung hin, da sind es ein Meter. Ne, das sieht subjektiv so aus, es sind sogar wenige, es sind nur 30. Nein, ich hatte dich tot, so ungefähr. Also es gibt viele auch Allianzen, wo früher, also das ist schon früher her, das ist vor drei Jahren, oder vor zwei Jahren, wo die Meisterungen reingekommen sind, da haben viele Allianzen mit mir gestritten und haben mich deswegen auch gekickt. Ich finde, das ist total lachhaft. Wenn der eine damit glückt, ist es mit diesen Meisterungen. Und wenn eine 5% Anomalie ist und 10 Mal besser ist wie ich, dann kann er ruhig die haben. Aber die meisten Menschen sind nicht 10 Mal besser und die meisten Menschen sind keine Astronauten. Und daher für die Allgemeinheit und für Mainstream empfehle ich jedem immer oben zu bleiben. Ganz klar und ganz eindeutig, da gibt es auch keine Streit. Wer hat Recht, weil jeder weiß, dass Mainstream immer Recht hat, also die Mehrheit hat meistens Recht, nicht immer, aber letztendlich geht es darum, dass du einen Vorteil, den größten Nutzen daraus ziehst. Und der größte Nutzen ist der effektivste in der Wirtschaft. Also ich habe in der Wirtschaft jahrelang gearbeitet und deswegen bevorzugt man immer die obere Meisterung. Die untere, wirklich nur für Profis. Ich habe sie früher wirklich gehabt. Ich bereue es, dass ich früher das unten alles gehabt habe, weil ich hätte mir dadurch viele Accounts erspart, dicht zu machen. Ich hatte leider zwei Accounts, die wurden dicht gemacht, weil ich mit den zwei Accounts nicht so ganz ehrlich war und Account-Sharing ist halt eben nicht so positiv, sage ich mal. Aber dazu ein anderes Thema. Wir wollen ja nicht ausrunden. Das geht ja hier eigentlich um Meisterung. Also springen wir zum Thema Defensiv. Defensiv ist... Oh, wir haben schon so lange das... Also jetzt mache ich erst mal einen Cut. Jetzt solltest du was trinken oder davor auch. Und dann machen wir weiter. Okay, willkommen zu Defensiv. Defensiv ist ganz klar. Die ersten zwei sind Schrott. Das ist natürlich Rettung, hat sich vorher erklärt gehabt. Kann man machen. Drei muss man nicht mehr. Reicht auch eins von drei. Drei von drei müssen sein. Dann haben wir hier einmal Energieresistenz. Früher waren es Prozente, da hat sich das gelohnt. Mittlerweile lohnt sich der Quatsch nicht. Also von daher null. Dann haben wir hier Psy-Resistenz. Früher waren es Prozente, da hat sich das gelohnt. Jetzt lohnt sich überhaupt nicht mehr. Hier haben wir erhöhte Abwehr-Effizienz deine Champions. Um 800 lohnt sich immer noch, auch wenn es nur 800 sind. Hier haben wir noch Prozente. Deine Champions erhalten. Ein Prozent perfekten Abwehr. Ich habe alles gehabt für... Glaub mir, alles ausprobiert. Ich bin ins Universum geflogen. In der Matrix. Habe alles umprogrammiert. Habe aufgeschnifft. Alles vom Universum. Alle Klausen. Alle Dimensionen. Alle Zeitebenen. Alternativen Versionen. Super Edition. Also, ich kann euch sagen, Bullshit. Braucht ihr nicht. Nützt nichts. Genauso wie das hier. Standhaft. Ist ein Witz. Weil früher hat Kabam das größer gemacht. Da konnte man mehr machen. Moment. So geht er jetzt. Ah. Jetzt. Früher gab es halt mehr. Aber ein bisschen mehr Prozente. Und ja. Jetzt ist es halt 50. Ne. Das haben die glaube ich sogar. Siehst du gar nicht. Ich glaube das haben sie. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die es geändert haben. Aber wie auch immer. Die 50 Prozent hatte ich gehabt. Und ja. Man hat dann halt blocken können. Und die Angriffe wurden öfters abgewehrt. Das war natürlich cool. Aber das hatte dann den Vorteil, dass man vergessen hatte bei kein Abwehr. Also es gibt ja auch keine Abwehrangriffe. Dass man da vergessen hat. Da halt auszuweichen. Denn das gilt ja nur für ganz normale Uppercuts. Vor allem. Wo er dann das Abwehren tut. Diese Uppercuts. Die wehrt man dann damit ab. Und das heißt Resistenz. Das heißt ihr seid bei 50 Prozent. Die Hälfte von Uppercuts Resistenz. Es funktioniert aber nicht. So wie es umgekehrt ist. Das heißt wenn jemand jetzt. Wenn ihr einen Zweikampf macht. Und jemand hat die Meisterung auf volle 5 von 5. Gibt es ja diesen Kabeps Skript. Ja ich sag es ist ein Cheat von mir aus. Weil es sollte auf beiden Seiten gleich sein. Ist es aber nicht. Es ist tatsächlich auf der Seite von dem Gegner besser. Das heißt er tut fast jedes Mal abwehren. Ich hatte immer so einen Gegner. Der hat immer Resistenz. Es schien immer Resistenz. Uppercut Resistenz Uppercut Resistenz Uppercut. Ich habe siebenmal hintereinander Uppercut gemacht. Und dieses Schwein hat immer Resistenz gezeigt. Also das bedeutet wir sind auf deutsch immun. Immun gegen diese Kraft. Und das fand ich natürlich doof. Umgekehrt. Habe ich das bei mir versucht. Und dann war nach zwei Uppercuts Schluss. Und ich wurde totgehauen mit mehreren Uppercuts. Also es ist lange oder kurz Sinn. Es funktioniert nicht optimal wie es sein sollte. Die anderen zwei hier. Die werde ich gar nicht erwähnen. Die zeigt hier nur super Sensor. Es ist alles Quatsch. Wie schon gesagt. Es sind halt immer nur Meisterungen. Meisterungen, die nur für eine Klasse sind. Die schlugt sich nicht. Die wichtigste jedoch Meisterungen sind da oben. Die unten kommen irgendwann in 1000 Jahren. Da hat kein BAM vorgehabt. In 5 Millionen Jahren die rauszubringen. Die haben es immer noch nicht geschafft. Die streiten sich immer noch um diese untere Meisterung. Dann kommen wir zu den oberen. Wir haben hier Willenskraft. Da kann man eins von drei machen. Aber ich habe 3,3. Er bringt mir immer noch sehr viel ein. Diese 0,7 und 0,5. Sagt man jetzt nicht viel Unterschied. Es ist auch wirklich so. Es ist nicht viel Unterschied. Und doch macht es ab und zu mal ein bisschen was weg. Also ein bisschen ist das Unterschied. Aber Rungo sagt. Ist vielleicht auch so eine subjektive Sache. Also. Dann haben wir noch hier dieses Gerinnen. Gerinnen ist sehr gut. Und ist auch sehr wichtig. 3 von 3 zu haben. Denn 30% erleiden weniger Schaden durch jeglichen Bootroche debuff. Das ist das cool. Früher glaube ich war es mehr. Und das heißt im Endeffekt. Wenn ihr Gerinnen habt. Dann. Wenn euch jetzt jemand mit Bootroche angreift. Wie Wolverine oder X-20. Dann ist es 30% weniger. Das heißt im Endeffekt. Statt 1000 HP Schaden. Dauerhaft mit Bootroche habt ihr halt eben nur 700. Das ist eine ganze Menge. Die ihr sparen tut. Ihr müsst mal ausrechnen. 1000 mal 5. Mal 700 mal 5. Da habt ihr schon einen Unterschied. Dann habt ihr noch zusätzlich dieses Zunähen. Das verlängert die Dauer vom feindlichen Bootroche. Da habe ich jetzt eins gemacht. Aber ich werde demnächst vor. Das auf 20 machen. Wenn ich genug Einheiten habe. Weil das ist wirklich. Dann. Nehmen wir mal. Ihr habt einen Blutrausch. Der 10 Sekunden lang geht. Und dann habt ihr halt mit 20% und 8 Sekunden. Macht schon 8 Sekunden und 10 Sekunden. Wenn Blutrausch 1000 ist. Dann habt ihr 2000 HP gespart zum Beispiel. Dann habt ihr noch zusätzlich dieses Ungleichheit. Also reduziert den Angriff des Feindes. Passiv um 2% für jeden Debuff. An dem er gerade leidet. Bis zu einem Maximum von 36%. So umsichtlich. Hat er es gehabt. Hat sogar beim Allianzkrieg und Allianzmissionen. Was war manchmal öfters eher ein Nachteil. Weil dann ist der Buff. Dass da etwas an Angriff reduziert wird. Dreht sich das halt umgekehrt rum. Es ist schwierig mittlerweile. Das auch zu erklären. Weil das ist so ein Buff. Den müsste man zeigen. Aber ich gebe jetzt. Ich habe zu wenig YouTuber. Und zu wenig Leute. Die mir PayPal Spende machen. Wenn ich jetzt eine Million Euro hätte. Oder mindestens 20.000 Euro. Und wenn ich reich wäre. Dann würde ich erst euch das zeigen. Alles und so. Es gibt aber natürlich genug YouTuber. Die in Amerika sind. Und die daraus zeigen. Und die Geld ausgeben können. Wobei. Lohnt sich den Buff nicht zu machen. Ich hatte ihn gehabt. Glaubt mir. Ist totaler Quatsch. Genauso wie der hier. Das ist der Nachhall. Ist die Körperkontaktangriffe. Deine Champions. Bergen. Einen Scheinnessel von 16%. Einen nicht. Am häufigbaren Erschöpfungsdebuff zu verursachen. Denn den Angriff des Gegners um. 7% für 7 Sekunden Verhänger. Ich hatte den noch voller Stufe. Bei AW und AK. Also bei Allianz Krieg meine ich. Und bei Allianz Mission. Sehr selten. Und auch bei Dualstadien. Und auch in Missionen. War sehr selten. Hat diese. Diese Meisterung. Ein Vorteil gebracht. Ist halt immer so. Kebem macht manche Meisterung. Die für nichts sind. Einfach nur so. Weil Kebem. Kabarsch ist. So dann haben wir die Fertigkeiten. Zuletzt die Fertigkeiten. Die da oberen werde ich nicht ansprechen. Weil das ist ein Witz. Klar das war früher mit Speerobjektiv. Also aber das machen wir gleich. Ich spreche es dann doch irgendwie an. Weil es ist eine lustige Meisterung. Oben die XP. Ist bei. Ich habe sie auch durchgestrichen. Seht ihr jetzt durchgestrichen. Auch das mit Gold ist durchgestrichen. Alles wobei durchgestrichen fast. Außer halt die linke Seite. Da habt ihr einmal die parieren. Parieren Gegner. Lämen. Dann habt ihr einfach. Gelenklich. Lohnt sich nicht mehr für mich. Um volle Version zu machen. Es ist wie bei manchen Meisterungen. Es ist Vorteile. Aber nur minimal. Und von daher kein Unterschied. Dann haben wir Betäuben. Ist auch volle Nummer. Dann haben wir geschickt. 3 von 3. 1 und 3 hatte ich auch. Und 1, 3 und 3, 3. Der Unterschied ist riesengroß. Er ist halt in Schaden zu meilen. Wenn man 1, 3 hat. Es gibt halt welche Leute. Die meinen. Nö. Du brauchst doch gar nicht die 3, 3. Du Lusche. Du Motherfucker. Blablabla. Und ich sage immer dazu. Naja. Wenn du so gut bist. Und 10 Geschossen ausweichen kannst. Dann. Viel Spaß dabei. Denn tatsächlich. Ist das so. Wenn du 1 von 3 hast. Und du ausweichen tust. Dann musst du das ausweichen. Sehr gut können. Und wenn du 3 von 3 hast. Dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit. Dass du das ausweichen. Auch wenn es jetzt nicht perfekt klappt. Dass du trotzdem wie 2. Von den 10 Treffern. Nur 3, 4 abbekommst. Bei 1 von 3. Da kriegst du halt eben. 9 Treffer ab. Wenn du nicht gut bist. Von 10. Ja. Das ist schwierig. Wenn du sehr gut bist. Und es. Gibt wenige. Die 5% Anomalie. Die wir nicht werten. Also. So wie Matrix. Der Neo. Ist ja auch nicht jeder gewesen. So mächtig wie Neo. Da. Wenn du. Wie Neo bist. Dann. Wirklich top bist. Und. Es geschafft hast. Akt. 5 mit. Woher genau. Woher weißt du jetzt eigentlich. Ob du. Wie Neo bist. Ganz einfach. Wenn du alle meine Meisterung hast. Die ich dir hier gezeigt habe. Und wenn du. Akt 5. Komplett. Mit. 4 Sternenhelden. Rang 3 schaffst. Rang 3. Ohne irgendwelche. Heile. Elixiere. Und Wiederbelebung. Elixiere. Das schaffst. Dann bist du der One. Und der One kann eine scheiße Geist sein. Der One kann auch ohne Meisterung. Die Nummer 1 sein. Er ist einfach der One. Aber. Wenn du das geschafft hast. Schreib es in den Kommentar. Ob du einer bist. Das geschafft hat. Mit. Rang. 3. 4 Sternehelden. Oder glaube ich. Rang 2 sogar. Ne. Rang 2. 4 Sternehelden. Das zu schaffen. Akt 5. Bis zum Ende. Ohne Heilung. Ohne Wiederbelebung. Und wenn du meinst. Ja. Schreib es in die Kommentare. Und dann. Einen Beweis. Und dann tue ich dein Video natürlich. Auf. Verlinkt natürlich. Auf meinen Kanal auch. Na. So einfach ist das nicht. Wie die Leute denken. Ja. Und dann haben wir zusätzlich noch. Hier diese Steinern. Wenn deine Champions Savings. Die Bus zufügen. Reduzieren sie ebenfalls. Die Regulationsrate des Feindes. Um bis zu 20%. Und die Kraft. Die durch die Angriffe. Angriffs. Ja. Also im Endeffekt. Hat es manchmal Vorteile. Dass man halt eben dann. Wenn. Wenn sich Versteiner mal aktiviert. Diese 20%. Hat. Und dann reduziert man diese Heilungskraft. Es passiert sehr selten mittlerweile. Ich habe für die Meisterung. Auf 2, 3 gemacht. Weil ich. Da kein Geld hatte. Mehr. Um diese. Zunehmend zu investieren. Oder in andere effektive Meisterung. Da habe ich es einfach so rausgehauen. Weil mich stört es. Dann hier eine 1 oder 2 eingeblendet war. Um auf meinen Avatar. Ja. Klingt kaum zu glauben. Aber ist so. Ja. Und das war es auch schon. Ja. Fast hätte ich es vergessen. Was ist jetzt Speerobjektiv. Es gibt in Allianz Missionen. Und auch in Allianz Krieg. Champions. Die versteckt sind. Und. Wo man da nicht weiß. Was ist das für ein Champion. Und bei der Mission Karte. Wer. Wird. Also. Allen Verbündeten. Also. Wird mit allen Verbündeten geteilt. Das bedeutet. Wenn du das hast. Und du hast. Drei am besten. Drei Felder. Dann werden die nächsten. Drei Champions Felder. In Allianz Krieg. Oder Allianz Mission. Gezeigt. Also angezeigt. Wer sind das. Was für Gegner sind das. Und dann. Hat man es etwas leichter. Wir hatten einen Speer. Früher bei uns. Das war eher eine Speerin. Also eine Frau. Ähm. Die hat das immer gebraucht. Weil sie immer. Wissen wollte. Was ist das. War selber eine ITerin. Also ist eine ITerin. Also eine Programmiererin. Versteht man. ITer wollen immer alles wissen. Vom Code. Und die hat halt diese Meisterung gehabt. Ich hatte sie auch gehabt. Ich hatte alles ausprobiert. Wie ich vorhin erwähnt habe. Das hat mir am Anfang wirklich geholfen. Wo ich noch schlechter war. Wie jetzt. Also super schlecht. Wo ich nicht mal Uncollect Titel sein konnte. Weil ich zu schlecht war. Aber irgendwann musste ich das weg machen. Weil es keinen Nutzen mehr hatte. Weil es mir dann scheißegal war. Wie stark die Champions. Oder wie groß die Champions waren. Es war einfach uninteressant. Oh. Es ist uninteressant. Ich dachte jetzt hat sich irgendwas verändert mit. Hat. Ne. Ich hatte jetzt ein. 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 In dem des Videos. Sein Gedanken. Heute habe ich mit jemandem geschrieben. Der unbedingt bei uns sein wollte. Aber hat dann doch nicht hingehauen. Na gut. Ähm. Ja. Das war es auch schon. Von. Von diesem Video. Ich hoffe es hat hier. Dir. Unser Mitglied. Also unser Mitglied. Der sehr gut mitmacht. So viele andere auch. Ähm. Unser Mitglied. Törk Alevi. Ich hoffe das hat dir geholfen. Und auch alle anderen sich anschauen. Ja. Das Video. Und ich hoffe. Ähm. Es war nicht zu lang. Und wenn doch. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt. Kekse mitbringen. Und. Und was zum Trinken. Ja. Ich will die Videos nicht lang machen. Aber ich muss halt. Das ist halt meine Art. Das war im Verkauf. Das kommt von dem Verkäufer halt. Äh. Das was ich halt sage. Betone ich zusätzlich dazu. Und argumentiere. Auf meine. Auf mein eigenes Gesage. Gebe ich einen Kommentar ab. Zusätzlich kommentiere ich das. Was kommentiert ist. Das ist so eine Verkäufer. Ähm. Krankheit. Ja. Ähm. Ich erzähle mal. Was interessiert ist. Was man da alles so. Als Verkäufer. Äh. Was man so für eine Krankheit. Alles bekommen kann. Ja. Danke jetzt fürs Zuschauen. Und viel Spaß noch mit. Noch mit einem kleinen Abspann. Wie auch. Hää. 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 Bis zum nächsten Mal.